Ja, hallo Leute, grüßt euch, hier spricht Orboros und heute werde ich über Dinge reden, die euch vielleicht nicht so gefallen wären, weil, wie ihr mitbekommen habt, heißt der Titel dieses Videos, der seelenlose Mensch in einer simulierten Traumwelt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich davon ausgehe, dass der Mensch eine seelenlose Maschine ist, der kaum die Möglichkeit hat, aus dieser Welt, aus dieser simulierten Daseinsform herauszukommen. Aber trotz dieser unangenehmen Sache, sage ich mal, gibt es trotzdem eine Möglichkeit, sich zu einer Seele zu bilden, Leute. Ich weiß, viele Menschen, die sich mit Esoterik beschäftigen oder religiös tätig sind, werden meine Sachen, die ich jetzt hier vortragen werde, nicht mit guter Lano aufnehmen. Darum geht es auch gar nicht. Ich versuche euch einfach, die Wahrheit zu sagen, nach meiner Sicht, sage ich mal. Und meiner Sicht ist, glaube ich, eher der Wahrheit näher als viele anderen Dinge, die in den Medien, im Mainstream, in irgendwelchen alternativen Medien herausgebracht werden, indem man erzählt, der Mensch hätte eine Seele nach seinem Tode, würde er ins Paradies kommen, bla bla bla, Leute. Und das versuche ich euch dazu, das Gegenteilige zu beweisen, will ich nicht. Ich will einfach euch aufzeigen, dass all diese Dinge, die uns hier verbreitet werden, eine große Lüge ist, um euch von der Wahrheit so weit wie möglich fernzuhalten. Ihr wisst ja selber, ich gehe davon aus, dass wir in einer simulierten Traumwelt existieren. Was ist eine Traumwelt? Eine Illusion. Was ist eine Simulation? Eine künstlich erschaffene Welt, die nicht existent ist. Es existiert nur in einer Art Computer, der wiederum durch irgendwelche Rechenleistungen diese Daten, die da drin gespeichert sind, zum Leben erweckt. Wie so eine Art Computersimulation, wie so ein Art Computerspiel, das immer wieder in diesen Bereichen abspielt. Aber man muss auch davon ausgehen, dass hier in diesem Ort, in dem wir existieren, eine Art Super-Quantum-Computer installiert worden ist, das das Menschleben hier auf dieser Theaterbühne abspielen lässt, Leute. Viele fragen sich, ja, das kann doch nicht sein. Aber Leute, es gibt sogar im Bereich Physik, Wissenschaft, sage ich mal, viele hochkritische Denker, sage ich mal, die auch gewisser Weisen auf diese gleiche Idee gekommen sind, beziehungsweise herausgefunden haben, dass diese Welt, dass hier einfach durch Zahlen und, äh, wie soll ich sagen, durch Zahlen belebt wird, sage ich mal. Es ist ja wie so eine Art Computer mit 1 und 0 wird hier diese Welt dargestellt, sage ich mal. Da gibt es zum Beispiel Thomas Kempel, ein durchaus bekannter Physiker und Drehbuchautor, will ich uns sagen, ja, der schreibt sehr gute Bücher, sage ich mal. Und der ist auch nach seiner Forschung zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Welt nicht so richtig materiell sein kann, sondern auf bestimmten Quantenbasis erbaut worden ist, beziehungsweise simuliert. Dieser Mann, könnte auch durchaus seine Thesen im Internet lesen, geht davon aus, dass das, was wir hier erleben, einfach ein Scheinwert ist, das von irgendjemandem erschaffen und abgespielt wird, Leute. Der ist nicht der Einzige. Zum Beispiel gibt es den Plasmaphysiker David Bohm, aus seinen Ideen, zum Beispiel das Buch, das holographische Universum entstanden. Auch dieser Mann geht davon aus, dass diese Welt einfach ein holographisches Zustand basiert, das heißt, einfach nicht echt sein kann, Leute. Genauso wie der, Frank Tüppler, ein ganz besonderer Sumpf seiner Art. Der geht sogar davon aus, okay, ist ein bisschen wissenschaftlich, er geht auch von der Evolution aus, das heißt, dass der Mensch von Anfang an sich langsam aufgebaut hat, das heißt, in der zukünftigen Welt wird so eine Technologie existieren, die imstande ist, ganze Universen einzuspeichern. Und der geht davon aus, dass in der Zukunft irgendeine Maschine entwickelt worden ist, dass die gesamte Existenz der Menschheit, das heißt, von vorn bis hinten, irgendwie in der Lage war, diese Menschen zu speichern und in einer riesigen Computeranlage abzuspielen, Leute. Deswegen hat er auch so ein Buch geschrieben, die Physik der Unsterblichkeit, der sagt, dass jeder Mensch am Ende der Zeiten von dieser riesigen Maschine auferweckt wird. Also wie gesagt, interessante Thesen, auch wenn die vielleicht ein wenig aus dem Lande driften. Und ich, Leute, und ich mit meiner Theorie, sage ich mal, werde euch zeigen, dass an diesen Dingen mehr dran ist, als ihr euch vorstellen könnt. Alles auf dieser Welt, alles ist gespeichert, Leute, ist gespeichert in einer Art Datenbank. Das habe ich auch in meinen alten Videos schon immer wieder gesagt. Es gibt verschiedene Begriffe dafür. Zum Beispiel einige nennen das die Akasha Chronik. Einige sagen, es ist schon als Weltseele, in dem alles da sein, ob egal, was auf diesem Ebene passiert ist, vom Kleinen bis zum Großen gespeichert ist. Modern ausgedrückt, es ist eine riesige Festplatte, in dem das Geschehnisse aufgezeichnet ist. Genauso, Moment, alle Religionen, in allen Religionen wird genau diese Tatsache eigentlich in ihrem Urkern erwähnt. Ob Christentum, ob Islam, ob Judentum oder Buddhismus, was auch immer, in ihrem Urkern wird immer das Gleiche behauptet, dass der Mensch einfach keine Seele besitzt. Nochmals, Leute, die Religionen besagen, dass der Mensch keine Seele besitzt. Ihr müsst mal aufwachen und euch mal richtig über dieses Thema euch erkundigen, weil diese Religionen beziehen sich immer darauf, dass der Mensch nur durch Gottes Gnade auferweckt werden kann. Das heißt, wenn wir gestorben sind, die Seele, wie ihr das bezeichnet, wird einfach erstmal ausgelöscht, weil die Seele hat nicht die Möglichkeit, aus diesem Simulation herauszukommen. Das will ich euch gleich mal erklären. Jedenfalls, Religionen, wir sagen alle das Gleiche, dass der Mensch ein seelenloses Wesen ist, das nur durch göttliche Gnade zum Leben auferweckt werden kann. So. Viele Menschen, die durch Autounfälle, durch bestimmte Situationen irgendwie in die Lage gekommen sind, sich außerhalb des Körpers zu befinden. Ihr kennt ja bestimmt diese sogenannten Nahtoderlebnisse, wo der Mensch aus seinem Körper heraus geht, durch einen Tunnel, irgendwie trifft er irgendwelche Engel, die dann seinen Lebensplan und Lebensfilm zeigen, ja, du hast mal falsch, was du gemacht hast, du hast mal eine Aufgabe vor dir, was falsch war. Es geht darum, dass diese Menschen wirklich tot sind, das heißt, nicht mal wieder in ihrem Körper zurückgekehrt sind, einfach, wenn sie beispielsweise nicht gehen, soll ich mal ausgelöscht werden. Die werden einfach gelöscht, Alter. Alle Informationen, die sie mal waren, das Ich-Bewusstsein, sag ich mal, wird einfach gelöscht und die Energie, die sie mal belebt hat, wird für was anderes verwendet, sag ich mal. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet, dass der Mensch kein unsterbliches Wesen ist, was viele ja behaupten und nach dem Tode einfach dieses zusammengewürfelte Seele, sag ich mal, ausgelöscht wird, Leute. Ich will euch mal kurz erklären, das habe ich auch in meinen alten Videos gesagt, die Seele, beziehungsweise das, was man sein soll, wird von der Festplatte auf diese Theaterbühne abgestrahlt. Ich hoffe, hier steht was Schmeiner. Es wird auf diese Theaterbühne abgestrahlt und ihr in euren Avataren werdet ihr belebt. Das heißt, ihr werdet als Babys geboren, ihr werdet erwachsen, bla bla bla. Und all die Daten werden von der Festplatte auf diesen Avatar-Körper hier auf der Bühne übertragen. So. Bei dieser Übertragung speichert sich euer Bewusstsein, euer Programm, sag ich mal, inhalt des Avatars. Inhalt des Avatars. Sagen wir mal einfach aus so einer Art Kugel, ne? Wo ihr das als Seele bezeichnet, sag ich mal. Nach dem Tod des Avatars, sag ich mal, steigt diese geballte Information, das von der Festplatte abgestrahlt worden ist. Jetzt, sagen wir mal, in so einer Art gespeicherten Kugel drin ist. Geht durch eine Art Tunnel. Es ist eigentlich der Weg, aus diesem Simulation herauskommen. Das geht nur nach dem Tod, Leute. Also. Problem. Problem. Es hat, muss ein bestimmter Mechanismus bewirken. Das heißt, ihr seid jetzt die Hülle. Aber nicht bewusst. Sagen wir mal, ihr seid euch nicht bewusst über diese Welt, in der wir uns befinden. Ihr habt keine wahre Erkenntnis, was weiß ich was. Und der Mensch denkt einfach, ja, ich lebe nach einem Tode. Ich werde jetzt meine Familie sehen. Ich werde das und jenes sehen. Und dann geht der ohne richtiges Wissen durch dieses Licht. Und diese Kugel, sag ich mal, ne? Diese Kugel wird, wenn er reingeht in das Licht, einfach zerstört. Und somit auch alle Informationen, was hier drin war, aus der Festplatte. So. Es ist nicht einfach, das zu erklären. Ich versuche jetzt hier irgendwie gedanklich, irgendwie einfach wie möglich euch darzubringen, was ich damit sagen will. So. Wenn der Mensch eine, ja, sehnlose Person ist, sehnlos, indem er sich so hat, Seele entwickeln muss, Leute. Ja, Seele entwickeln muss. Und diese Seele, werde ich euch mal aufzeigen, wird in verschiedenen Religionen dargestellt, dass man zu einer echten, lebendigen Seele werden kann. Denn erstens, wenn man sich bewusst wird, wenn man sich bewusst wird, was auf dieser Welt geht, wenn man sein eigenes Programm, das einem läuft, zur Erkenntnis kommt, dass das alles ja nur ein Verarsche ist, dass das alles ein Fantasie ist, dass das alles ja eine Simulation ist, dass von irgendwelchen dunklen Mäscheln hier beherrscht wird, verwaltet wird, ohne dass man in der Lage ist, wenn man diesen sogenannten heiligen Körper besitzt, dieser heilige Körper ist nichts anderes, wenn man durch Erkenntnis und Wissen eine Art Schutzschild um dieses Seelenkugel, sag ich mal, wo die Informationen drin sind, aufbaut, mit diesem neuen Erkenntnissen, mit diesem Jesus-Wissen wichtig. Wichtig ist, dass ihr am Ende eurer Existenz, wenn ihr Erkenntnis habt, auch Jesus Christus findet. Weil, nochmals, Jesus Christus ist nach meiner Idee, nicht dieses Jesus Christus in der Bibel, wo ihr einfach am Kreuz gegangen werdet, nein Leute, es ist ein symbolischer Weg. Und diese symbolische Art Christus ist der Weg, was man gehen muss, um diesen heiligen Graal-Körper zu bekommen. Das heißt, wenn man durch Wissen, Erkenntnis dazu gekommen ist, dass es einen echten Weg geht, und dieses Weg ist das Christus, dieses Christus ist das ewige Licht. Es ist das Licht, wo man nach dem Tode, wenn man es schafft, durch das Portal zu gehen, umgewandelt wird, bekommt einen neuen Körper, und man ist ein unsterbliches, kein vergängliches Leben mehr, Leute. Und darum muss man erstmal, Moment, Den heiligen Graal, Leute. Was ist der heilige Graal? In Mythen tauchen diese Geschichten auf, mit diesem heiligen Graal. Zum Beispiel, Richard Löwenherz hat ihn gesucht. Es wird mit Jesus in Verbindung gebracht. Und eigentlich ist das das Wichtigste, was es gibt. Der heilige Graal ist fest mit Jesus verbunden. Und Jesus ist der Weg. Jesus ist der Spielplan, wie man hier herauskommt. Und der heilige Graal ist das Gefäß, das euren neuen Informationen, eure Erkenntnis, euer Wissen, euer wahres Erleuchten, wo ihr aufgewacht seid. Und das heißt, einfach, wenn man jetzt Bücher liest, das und jenes, selbst wenn da die weiteren steht, dann werdet euch nicht bewusst, Leute. Ihr, das Bewusstwerden, kommt erst, wenn im Laufe eures Lebens Dinge geschehen werden, die unvorstellbar vor sich sind. Das heißt, wenn euer Spielplan, sagen wir mal, bestimmte Richtungen aufzeigt, wir tauchen irgendwelche Dinge auf, die euch zu Bewusstsein bringen werden. Das heißt, einfach, wenn ich das mal erkläre, die Wahrheit, werde ich das nicht annehmen können. Es bringt nichts, einfach Wissen zu erlangen, sondern man muss den schwierigen Weg gehen im Leben. Dadurch kommt man zur Erkenntnis. Dadurch wird das Herzprogramm umgewandelt. Dadurch entsteht eine Art Schutzhülle, in dem sozusagen der heilige Graal ist ja nichts anderes als die Schutzhülle, um diese Art Kugel. Und mit dieser Schutzhülle, mit dem Wissen, mit dieser neuen Erkenntnis, mit dieser neuen Frequenz, sage ich mal, hat man die Möglichkeit, als man hat Schlüssel, durch das Tor hinauszukommen, Leute. Ohne gelöscht zu werden. Darum geht es. Alle Religionen, alle Dinge, die uns vermittelt werden, alle Symboliken in der Kirche oder was weiß ich, wo auch immer, deuten auf dieses Dinge hin, Leute. Es ist ein symbolischer Wert, der Weg des Christi. Am Kreuz stirbt er, dann wacht er wieder auf. Er ist ein symbolischer Wert, was wir, der Mensch ist eigentlich das Symbol für Christus, für Jesus. Der Mensch muss den Fußstapfen gehen. Darum auch in der Bibel und in verschiedenen Büchern oder Lehren, wo angedeutet wird, dass man, wenn man ins Paradies will, Ausführungszeichen, den Weg Christi gehen muss, den Weg Jesu. Und niemand versteht das, Leute. Was heißt dann den Weg, Jesus zu werden? Muss man da nicht selber sterben? Nein, Leute. Das heißt, es ist ein schwieriges Weg. Ein schwieriger Weg, sage ich mal. Es ist nicht einfach. Aber, wenn man am Ende es schafft, den Weg zu gehen, diesen unvorstellbaren Weg, und man bildet sich sozusagen Wege, mal wichtig zu wissen, man muss innerhalb dieses Lebensspannes, diesen Heiligen Graal, diesen Körper bilden, innerlich. Weil, wenn man tot ist, und ohne dieses Schutzöl, ist man egal, ob man beißt oder nicht weiß, spielt keine Rolle, wird man trotzdem gelöscht. Wichtig, innerhalb dieses Lebens, kurzen Lebens, müsst ihr diesen Heiligen Graal in euch aktivieren. Das heißt, ein Schutzöl um diesen Seelen, Seelenkörper, in dem alles gespeichert ist, und dadurch kommt ihr erst durch diesen Tunnel rein, und dann durch das Licht. Das sind sehr interessante Dinge. Jetzt schaut euch mal, ich will euch mal was zeigen. Der Heilige Graal, so wie der ist meistens dargestellt, in verschiedenen Varianten, aber immer wieder so ähnlich. Und jetzt, schaut euch mal, die Sanduhr. Habt euch gemerkt, dass eigentlich, im Prinzip, Ähnlichkeit da ist, und zum Beispiel, dass die Sanduhr ein 8 darstellt, eine 8. Das ist nicht nur eine Zeitschleife, in der wir uns befinden, Leute, sondern, ich zeige euch mal, die 8 ist Symbol der Auferstehung und des Neuanfangs. Das ist richtig. Das heißt, innerhalb der Zeitschleife, sage ich mal, innerhalb der Zeitschleife, das heißt, unsere Existenz, ich versuche euch mal ganz einfach auszudrucken, sagen wir mal, aus der Festplatte werden wir abgestrahlt, hier, sagen wir mal, in die Sanduhr, ist ja nichts anderes als die Zeit selber. Und wir haben dann kurze Zeit, innerhalb dieses Welt, innerhalb dieser Theaterbühne, uns zu finden, uns zu erkennen, uns sozusagen in allem bewusst zu werden, Leute. Und dieses Bewusstseinheit ist wichtig, weil man dann zu etwas hören wird in dieser Welt. Das heißt, Erkenntnis führt zur Erlösung, sage ich mal. Die 8 ist Symbol der Ewigkeit, aber auch die Auferstehung und die Auferstehung in eine andere Welt. Und meistens wird Jesus Christus ja auch mit der Zahlen 8 in Verbindung gesetzt, mit 8, 8, 8, Leute. Es ist die göttliche Zahl der Unsterblichkeit, sage ich mal. Moment. So, jetzt haben wir natürlich auch die 6. Die Zahl 6 ist ja eine durchaus okkulte Zeichen. Es wird ja auch viel verwendet. Es ist auch das Zeichen des V, ist auch die 6, sage ich mal. Und die 6 ist auch das Zeichen des Antichristen mit drei Sechsen. So wie die Auferstehung und Neuanfang 8, 8, 8 im Zeichen Jesu ist die 6, 6, 6 mit einem Zahl verbunden 6. Und es ist das Gegenteilige, was wenige verstehen. Viele denken ja, wenn jetzt hier die Zahl 6, 6 hören, ist die Zahl des Tieres, des Antichristen. So, jetzt müsst ihr euch mal ganz logisch denken. Wir reden jetzt hier nicht von irgendeinem Monster mit Hörnern oder was weiß ich was, der auftaucht. Es sind symbolische Werte. Wenn Jesus die Zeitschleife, die Auferstehung, das ewige Leben, sage ich mal, mit Zahl 8, 8, 8 dargestellt wird, dann ist die 6, 6, 6 das Gegenteilige. Also der Antichrist. Was heißt das? Es ist die Welt der Sterblichkeit, der Vergänglichkeit, des Todes, in dem wir uns befinden. In dem wir uns befinden. Und darum macht das Zeil des Tieres. Das Zeil des Tieres bedeutet nichts anderes als Unerkenntnis. Dass man nichts weiß, dass man blöd wie Schafe durch diese Welt geht, ohne zu wissen, was vor sich geht, Leute. Es ist das Gegenteil von Jesus Christus, das ja ewige Leben bedeutet. Und das Gegenteil ist die 6, 6, 6, die Vergänglichkeit, die Welt des Todes, in dem man immer wieder aufsteht, aber in der Vergänglichkeit. Und das ist das Gegenteil von Jesus Christus, das wahre Licht, sage ich mal. Und dieses wahre Licht ist die Unsterblichkeit, was man erreichen kann. Und diese Welt, sage ich mal aus Führungszeichen, liegt hinter diesem Lichttunnel, Lichtportal, das man nach dem Tode überschreiten kann, beziehungsweise muss, entweder mit vollem Bewusstsein, mit Erkenntnis und erreicht als, ja, wie soll ich sagen, als Außerwählter, als Unsterblicher, mit diesem Krallkörper kann man durch das Lichttunnel durchstreiten und gelangt in die unsterbliche Welt des Christus. Und dieses Christus ist das ewige Energiefeld, in dem dann unser Neuerschaffungsprogramm, sage ich mal, in die Welt voller Bewusstsein sind, dann neu gebildet wird, mit einem neuen Körper, Leute, sage ich mal aus Führungszeichen, und dann kommt man in die Welt der Unsterblichkeit. Und, Problem, Leute, die es nicht schaffen, sage ich mal, werden wieder reingeworfen in die ewige Zeitschleife, in den Rat des Todes, in den Rat des Lebens, wie man das auch nennen mag, und das Gleiche müssen wir immer wieder durchleben, im gleichen Körper. Und darum sage ich ja, ein Leben nach einem Tod, so wie die Leute sich das vorstellen, existiert nicht. Die Seele als Unsterbliche existiert nicht, Leute. Es ist etwas, was das Programm hier immer wieder gelöscht wird, weil ihr es nicht schafft, beziehungsweise den heiligen Körper, den wahren Körper zu bilden, in dem euer Seele sozusagen, euer Programm, nicht Seele, was Seele, was soll denn Seeleangst sein? Es ist ein gebildetes Etwas. Und darum müsst ihr eine Seele bilden. Es gibt nichts, es gibt keine andere Möglichkeit, um aus diesen Antichristwelten, in denen wir uns befinden, in diesen summilierten, vergänglichen Welt herauszukommen, Leute. Und darum auch diese Titel, weil ich ja in diesem Video erwähnt habe, der seelenlose Mensch gefangen in einer Traumwelt. Bis er aufwacht. Ihr schläft, Leute. Ihr seid am Schlafen. Ihr lässt euch verführen in dem, wie soll ich sagen, es gibt eine Lebnacht am Tode, wenn meine Seele aufsteigt, in andere Welten, alles umdran. Was ist das für ein Schwachsinn, Leute? Wir sind auf diese Welt, wir werden in diese Welt immer wieder abgestrahlt, um uns zu erkennen, um uns hier unseren Fehlern bewusst zu werden, unseren Fehlern bewusst zu werden und an diesen Weg des Christus zu glauben, den Weg, den Weg Jesu, diesen Spielplan, was man durchgehen muss. Es ist der enge Weg, was beschrieben wird. Es ist ja nicht nur in der Bibel, dass dieser Weg eng beschrieben wird, sondern der enge Weg bedeutet einfach ein schmerzvolles, leidvolles Weg. Das heißt, du verlierst alles, alles, was du liebst, alles, was dich am Leben ausgemacht hat, musst du komplett umdrehen. Ungefähr so 306 Grad umdrehen, damit hier aus euch was Neues wird. Und darum auch in der Bibel, der Mensch muss das Herz umwandeln. Es muss umwandeln, es muss gewandelt werden. Gewandelt werden, indem man mit neuen Erkenntnissen, mit neuen Wissen, durch Leid und Kummer, was man durch das Leben gehen muss, wichtig, gehen muss, Leute, damit man sein Leben erkennt und sich selber nachdenkt, was passiert ist. Und durch dieses neue Wissen, was man hat, bildet sich dieses Körper und das Herz ist ja nichts anderes als das Speicherort, wo vom Festplatz abgestrahlt wird und bündelt sich im Herz, sag ich mal so. Und das wird umgewandelt und diese Umwandlung heißt einfach Aktivierung dieses heiligen Energiekörpers um den Kugel herum, sag ich mal, um die gespeicherte Programm herum, was ja eine Kugel darstellt, sag ich mal, Ausführungszeichen. Und mit diesem unverstörbaren, gebildeten Seele, sag ich mal, gebildete Seele, eine Seele mit Bewusstsein, mit Selbsterkenntnis, hat dann die Möglichkeit, in die Welt, in die andere unsterbliche Welt zu kommen, wo man einen neuen Klonenkörper bekommt, sag ich mal, einen unsterblichen und dann ist man ein, ja, wie soll man sagen, so eine Art göttliches Wesen, würde ich jetzt sagen, eine Art Engel, eine Art, ja, man muss das nicht so religiös sehen, man muss das technisch sehen, Leute, ne? Ich stelle euch mal vor, ihr seid so ein Festplatz jetzt drin, was wir sind und die da oben, die wollen nur Leute bei sich haben, die sich zur Erkenntnis kommen, die ihren Fehler gestehen, die nehmen nur Leute auf, die ihre Sünden, ihre Fehler erkannt haben und ihr Programm umgeändert haben. Es geht nur darum, Leute, es geht nur darum, wenn man den engen Weg geht und dieser enge Weg führt euch dann zu echtem Bewusstsein und ihr dürft auf eurem Weg niemandem trauen, ihr dürft auch von diesem Weg nicht auf den breiten Weg, sag ich mal, und dann habt ihr die Möglichkeit, ja, in die andere Welt zu kommen und eine echte Seele zu werden. Ihr seid nochmals, ihr seid seelenlose Kreaturen. Wir alle sind seelenlose Kreaturen und nur Programme, die belebt werden und wir haben nur eine kurze Zeit, wenn unser Lebensplan vorbei ist, ohne Erkenntnis, ohne Wissen und eine Art, Jesus, diesen heiligen Grail zu entwickeln, den Schlüssel, dann ist vorbei. Dann fängt irgendwann das ganze Spiel von vorne an und dieser verdammte Mist wird immer wieder so weitergehen, Leute. Und darum, nehmt euch die Chance, nehmt die Chance und versucht mal wenigstens über diese Themen zu recherchieren, Leute. Zu recherchieren und vielleicht, sag ich mal, vielleicht habt ihr die Möglichkeit, ja, das wahre Wissen, was um euch ist, aufzusaugen und vielleicht auch den wahren Weg zu gehen. Am Ende kann ich euch nochmal sagen, wir befinden uns in einem Traumwelt, in einem simulierten, von einem computergesteuerten Traumwelt, wo wir abgestrahlt werden und wir die Möglichkeit haben, eine Seele zu entwickeln, was immer das bedeutet, sondern eine Seele zu Selbsterkenntnis, zu, dass man aufwacht. Es ist ungefähr so einfach ausgedrückt, ihr seid am Schlafen und ihr träumt. Und dieser Traum, was ihr träumt, ist nicht real. Es ist nicht real. Erst wenn ihr aufwacht, dann seht ihr die wahre Welt. Und genau ist das hier so. Es ist eine simulierte Welt, in der wir schlafen und wichtig ist, dass wir aufwachen. Aufwachen und in die wahre Welt zu gelangen. Ja, was soll ich noch dazu sagen? So wie gesagt, ich weiß, dass alles, was ich jetzt hier euch erzähle, natürlich viele abschrecken werden. Es ist ja auch nicht einfach, solche Dinge hier zu erzählen. einfach religiösen Menschen oder esoterisch eingehauchte Personen hier zu konforieren, indem man ihnen sagt, hey, alles was du denkst, hier gedacht hast, ist falsch. Du bist nicht unsterblich. Du bist nichts. Du kommst auf diese Welt, verbrauchst deine Energie, ohne zu echtes Erkenntnis zu kommen, und sterbst, du bist gelöscht und irgendwann musst du das ganze Mist immer wiederholen, immer wiederholen, bis du irgendwann zur Kenntnis kommst, dass das, was dir geglaubt, das falsch ist, dass es einen echten Ausweg gibt, aber bis dahin kann das sehr, sehr lange dauern und darum Leute, macht euch mal Gedanken über meine Ideen, sage ich mal, meinen eigenen Glauben, sage ich mal, beziehungsweise Wissen, sage ich mal. Glauben ist nicht Wissen. Wissen ist, wenn man das wirklich erkannt hat und ich habe es erkannt, Leute, ich weiß, ich habe es erkannt, darum erzähle ich euch das hier. Das würde ich jetzt ja nicht machen, das würde mich ja nicht interessieren, was mit anderen passiert, aber ich versuche wenigstens, ja, meine Gedanken mit euch zu teilen, damit ihr vielleicht auch irgendwann mal zu dem Gedanken kommt, das mehr dahinter steckt, als jemals gedacht und lasst euch bitte nicht ablenken von den ganzen Geschichten über eine Toterfahrung, das und jenes. Es sind Lügen. Es sind einfache Lügen, Leute. Ihr müsst schon was dafür tun. Ihr müsst aufwachen aus eurem Traum, denn ansonsten werdet ihr ewig in dieser Ewigkeit des Todes flammen und nie wieder rauskommen, Leute. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt es euch nicht zu erschrecken lassen, was ich jetzt sage. Der sehnlose Mensch existiert nur in einem Traumwelt. Das war's und tschüss. bis zum nächsten Mal, er